Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt einen schlechten Stil hat, also... Ah, doch, ich weiß. Jetzt hab ich mich verschrieben, Alter. Es gibt nur einen, Bruder. Ja? Schreib ich den jetzt richtig? Warte, warte, ich mach... Reicht natürlich auch Spitzname oder Nachname? Spitzname reicht auch, ne? Ich spiele die Schrift. Ich hab umgeändert. Hast du auch, Rafa? Ja! Also, eigentlich gibt's nur einen, ähm... für den man eine Freundin, äh, hat. Ich schreibe jetzt aber so. Also... Eigentlich der jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viele... sehr, sehr oft drin ist. der auch zugelegt hat. Eh, eh, mir fällt keine Ahnung. Skipper ist, äh... Ja, ich wollte eigentlich George schreiben. Ist das so eindeutig? Was denn? Das ist, ihr gehören der fleißigste. Ja, seit... Ja, viele, aber... Seit letzten Wochen... Ich brauch am längsten, auf jeden Fall. Ja, das auch. Ja, ja... Also, ich hab einen, äh... Hobby ist... nicht ungewöhnlich, aber ich... ich würd's halt selber, glaub ich, nie machen. Ja, hätt ich auch was. Ich weiß nicht, ob du das selber meinst. Dann schreib mal auf. Also, ja, ich würd auch nicht sagen, dass es ein Hobby ist, oder... Ja. Also, wenn er's überhaupt macht. Aber ich glaub schon, oder? Oder ich lieg falsch. Ja, aber ehrlich. Ich auch. Angelt, ne? Angelt? Ja. Angelt der nicht? Ich fand einfach... Ich hab jetzt seinen Kleidungsresor als Hobby genommen. So, dieses... Modemäßige, das einfach sehr... weird ist. Also, wenn er das überhaupt macht. Ich glaub, ich... Ich glaub, ich... Angelt der? Ich glaub, der angelt, ey. Der hat doch... Der hat doch... Sein Treckerfahren da ist, oder so. Oder so. Angelt der nicht sogar? Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt einen schlechten Stil hat. Also... Ah, doch, ich weiß... Das hat mich verschrieben, Alter. Nein, nicht der. Scheiße. Ich mein jetzt den ganz anderen. Nein. Ich schreib einfach auf. Nein. So. Ich zeig's auch schon mal direkt rein. Aber ich liebe diesen Typen, also... Der ist richtig geil, der Typ. Okay, Zeit. Der ist jetzt nicht schlecht, oder so, ne? Also... Ne, ist halt anders. Aber ist halt anders. So skandinavischer Style halt. Ist auch cool. Ja, ist auch schon... Recht manchmal, aber... Ich sprech's auch. Ja, ist okay. Ja, doch, ich glaub, das bin ich mir sicher. Was? Schreibst du jetzt schon auf? Ja, ich weiß das. Du weißt, dass er kocht? Dass er gut kocht. Also, dass er viel kocht. Okay, warte. Du bist auch relativ eng mit ihm, ne? Ja. Also, ich... Ich weiß das halt. Einfach. Dann, zeig mal. Der Juga haben wir schon gesehen. Schmelle. Ja, das weiß ich. Ich hab Matz geschrieben. Ah. Na, wir sollen wieder viel machen. Matz kocht auf jeden Fall viel von der... Ich glaub, Schmelle kocht gar nicht. Schmelle weiß gar nicht. Ich glaub, der hatte mal gesagt, er macht gar nichts. Also... So was jetzt jetzt? Ja. Ja, ne? Ja. Okay. Ist nicht verdrubbelt. Also, ich hätte jetzt sofort einen im Kopf. Ja? Hm. Ich weiß nicht mehr, ob der noch zählt. Ich hätte auch einen. Spielt der noch bei uns? Ja. Ja. Ja, dann muss ich mir das andere überlegen. Ich glaub, der ist unordentlich. Ah, fast. Ich hab Rapper genommen. Oh, Schaffe. Gut. Nein, 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 nein. Ich muss da drauf gucken. Nein, 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 nein. Ach, der ist ja gar nicht mehr da. Schön. Ich guck dir die ganze Zeit rüber. Vielleicht halt ich das auch einfach scheiße. Das muss sein. Du, ich guck einfach gerne. Ja, ich hab... Schön geschrieben. Geil. 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 Mhm. Wie wird denn der geschrieben? Digga, 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 digga. Nein, 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 nein. Nein. Denk an lustig. Denk an das Abendessen gerade. Denk an das Abendessen. Denk an die Gespräche. Ich hab einen. Es gibt nur einen. Love is in the air, na 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 na, es gibt noch einen. Love is in the air.